Musik 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 Also einmal von der Fläche her ist es die größte Messe der Welt, 605.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Das entspricht etwa 85 Fußballfeldern. Es gibt keine größere Veranstaltung weltweit. 580.000 Besucher in sieben Tagen ist auch eine Größenordnung, die von Messen selten geknackt werden und dann noch 200 Länder der Erde, mehr als Mitglieder der Vereinten Nationen hier vertreten. Es zeigt, es gibt eigentlich keinen Winkel auf der Erde, wo nicht Besucher nach München kommen, um hier die Bauma zu sehen. Die Stimmung auf der Bauma war ausgesprochen gut. Wir können von einer Rekordnachfrage sprechen. Viele Aussteller haben uns erzählt, dass die Investitionsbereitschaft der Besucher deutlich höher war, als sie es erwartet hatten. Die Stimmung auf der Bauma war. Die Stimmung auf der Bauma war.